moin moin und willkommen zu einem weiteren angespielt von mir diesmal geht keep infinity ist es ein prolog spiel von einem haupt geben was bald kommt am 10 mai ja das ist schon bald außer du guckst das nach dem 10 mai dann ist es schon längst draußen als die x ist oder falls das video in 200 jahren koks ist es natürlich schon draußen oder schon längst veraltet weil ist schon vielleicht mehrere teile von gibt es oder andere was auch immer aber egal wir schauen uns heute geht keeper infinity an also ich habe selber noch nicht wie was angefangen und daher will ich nur sagen wir machen mal auf das ist ehrlich gesagt mein erster start hier also okay wir haben ein hybride wir haben granaten lichter was machte denn der menschen blinzeln kann ich auch mit auge okay externe bios und replikanten weil er das so dass er der hybrid eine zweite chance funktioniert einmal pro lauf das heißt wenn wir sterben dann können wir uns noch einmal wiederbeleben das heißt ja können noch mal anstarten so was ist das denn hier freunde einladen spiel heute ohne freunde ich brauche keine freunde so was haben wir denn hier wir haben schwierigkeiten gerade passant 80 prozent beobachter teilnehmer alleluja und ob ruft sich oder torwächter daher geht keeper okay gut wir können uns noch helden aussuchen wenn wir nehmen okay ich würde sagen wir bleiben bei hybrid und wenn wir das einmal noch mal durch haben dann spielen wir mit niedom und zuerst schauen wir mal hybrid an und ich würde sagen wir landen und spielen auf beobachter auf die anderen schwierigkeiten gerade will ich noch nicht eingehen weil ich denke mal wir müssen irgendwelche perks sammeln wo wir dann halt stärker und mächtiger werden und bei 100 prozent soll das ja eigentlich kein problem sein 80 prozent nee danke das ist nur was ja so okay wir starten mit der landung das sieht schon mal cool aus das ist das ich hasse das also ich jetzt gerne auf e gefühlt wird das irgendwie für viele besser was ist das ein gegner hey 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 wird man nicht übermütig sooo das ist doch bombe ne so mal da fliegen wir auch mal weiter oder kommen da noch große gegner also genau hier die müssen wir jetzt töten okay also gameplay macht auf jeden fall spaß ziemlich smooth und so okay ziemlich cool bis jetzt okay wir haben noch nicht viel gesehen warte mal wir sollen wir auch mal die f-taste benutzen ne uch was war denn das denn ähm okay was sind wir denn wir sind jetzt hier ne ich bin auch hier sowas wie ein level ab die typen sind hier irgendwie zwei und wir haben keine ahnung ähm und unten ist hier so ein komischer balken keine ahnung was das zu bedeuten hat oh die f-taste ist ja mal nice okay jetzt noch du jetzt noch zehn gegner ich muss da hin ne ich komm da nicht hin die gegner die blockieren mich hier verrecke genauso wie du ey warte mal wieso fährt zieht der denn guck mal hier ja warum alle achso das ist nix hä chorium was ist chorium aktivieren achso das ist unser ziel hä hä was heißt das hä ist unter uns irgendwie noch weitere ziele okay äh ja hier aktivieren ah dafür brauchen wir die haa haa behemoth okay dann schauen wir das mal an warte mal wir haben ja levels lol joa äh was nehmen wir denn gesundheitsregeneration äh bewegungstempo glaube ich eher nicht wir nehmen mal abklinge äh take speed denk ich mal das ist ziemlich okay wir nehmen mal nochmal ein bisschen grundschaden ähm was haben wir denn noch wir haben noch mehr damage damage ist immer gut so wo sind die gegner oder so ich hab keine ahnung okay was bist du ui okay äh was was könnt ihr denn ellis faden verleiht ein 40% 40% pro stapel bonus auf elementar schaden okay 10% plus 5% pro stapel also wenn wir mehrere von denen nehmen würden ne okay 5% plus 5% pro stapel schau uns bei einem treffer einen projekt hier zu erzeugen dass den feind einen radius von 20 plus 2 pro stapel trifft und 100% schaden äh verursacht äh ich weiß nicht was ich jetzt nehmen soll aber ich glaube ich nehme mal die 3 elementar schaden ich hab keine ahnung so was bist du denn oi 25% Schauts auf ein Kettblitz mit 2 okay plus eins pro stapel mhm 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 joa Kettblitze ne nehmen wir mal Gut. Ich glaube, in der... Die Runde davor habe ich auch welche verpasst, ne? Falls das die Dinger echt waren. Äh, was bist du denn? Okay. Huch. Huch. Okay. Äh. Okay. Okay. Ich höre noch was. Warte mal, ich höre noch was. Huch. Alter. Weg mit dir. Oh, Alter, was bist du denn? Äh, was soll ich denn machen? Was haben wir denn hier? Die Schlüssel... Keine Ahnung, droppen die? Äh, was haben wir denn hier? Äh, Primärangriff... Äh, wir nehmen mal das hier, ne? Die zwei. Können wir nicht. Ah, wir können das nicht. Oh, okay, okay. Oh, okay, okay. Okay. Wie lange müssen wir denn noch machen? Ich habe keine Ahnung. Wie lange müssen wir denn noch machen? Wie lange müssen wir denn noch machen? Wie lange müssen wir denn noch machen? Oh, was? ok was haben wir denn hier würde schauen nämlich gerne gesundheit wollen wir ein bisschen herkommen haben immer 138 lieben ist ja gefühlt ja gar nix jetzt mal ernst was muss ich tun muss ich einfach stehen oder so so jetzt nehmen wir mal die drei was bist du ok so dass auch weg jetzt nur jogg ich habe keine ahnung wir haben drei ist dass wir können das jetzt nutzen zehn prozent chance schaden zu vermeiden ok funken wir nehmen mal das hier ich würde mal weiter gehen hier weil ich habe ehrlich gesagt keine ahnung was bringt denn da unten also irgendwas haben wir da übersehen halt da ist was ich habe kettenplätze gesehen ich habe immer noch ok gut ach scheiß oh da waren jetzt zwei ok 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 Hä, was bist du denn? Oh, das war einer von denen. Okay, guck mal, der ist entzündet. Nice. So, dann gehen wir mal bei dem Grundschaden. Und, ja komm, Attack-Speed ein bisschen, ne? So, dann ziehen wir mal weiter. Bis jetzt haben wir einen Schlüssel schon mal gefunden. Äh, also ich rappe langsam gar nichts mehr. Warte mal, ey, ist das echt so eine kleine Map? Ihr nervt. Okay. Ups. Aua. Alter, was macht der für ein Damage? Geh weg. Oh, die machen Bum-Bum. So, wir haben ja wieder ein Level ab, ne? Was nehmen wir denn? Äh. Linsen. Schellen, äh, brennen. Okay, das wäre jetzt Nummer zwei. Und hier wäre aber Nummer drei. Okay. Okay. Uah. Oh, dann XP. Was ist das? Ist das ein Fortschrittskrack oder so? Was bist du denn? Hä? Okay. Äh, das hätten wir, glaube ich, auch abgeschlossen. Gut, das heißt, wir sind jetzt, äh, klüsterne Sturmstraße jetzt, ne? Okay. So, was haben wir denn hier? Ähm, okay, das können wir auch aktivieren. Dann würde ich sagen, wir nehmen was hier, ne? So, jetzt müssen wir da hin. Achso, das sind wir ab, die ist noch nicht. Äh, verflucht der Splitter. Achso, das wird gleich als Max gesehen. Oh, doppelter Schaden für Feinde und Besitzer. Hm. Okay. Äh, okay. Ja, was nehme ich denn? Na ja, komm, ich bin das hier. So, ähm, da unten ist was. Oh. Was ist denn das? Hey, ist das unsere Fizze oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Okay, ist weg. Okay, wir ziehen mal weiter. So, was haben wir denn hier? Ah, blaue Pille. Hm. Okay. Äh, wir können das jetzt auf zwei machen, ne? Oder die Chance nochmal so, hier. Zähnst du, die nehmen wir jetzt hier. Okay, der wird's immer noch sehr gut schon, wenn's entzündet. Warte mal, hat der das echt getroffen? Und ganz schon frecher. Okay, weg von dir. So. Wir haben jetzt wieder ein Level Up. So, wir nehmen... Damage. Äh, ein bisschen Regeneration. Und, äh, noch mehr Regeneration. Mein Englisch Best. Okay. Äh, wohin geht die Reise? Töte sie alle. 49. Okay. Äh. Wo sind die Gegners? Auf jeden Fall keine 100 Metern. Da ist einer. Und da. Piu Piu. Oh, okay. Wieder ein Level Up. Was ist das, du denn? 69. Aua. Okay. Der ist auch in, äh... Wir können da nichts machen, ne? Nee. Wir verbrennen nur. Okay, wir haben ja ein Level Up. Was haben wir denn? Äh, wir nehmen noch mehr Damage. Bing, bing, bing. Alter, was ist denn hier los, ey? Tragen die alle eine Arschpfanne, oder was, hier? So, ähm... Ja, irgendwie nehmen wir mal, äh, ehrlich, ne? Ach, warte, hier, guck mal, da sieht man es auch. Das ist ja wie beim MOBA-Game, äh, also sprich, wie Leech of Legends, oder so. Dass man hier, ähm, dass man hier, ähm, ne, E-Vision... What? What? Die Gegner-Tüten müssen, okay. Die können auch, äh, die können auch nix irgendwie gefühlt... Okay, äh, was haben wir denn hier? Wir nehmen... Ähm... Okay, oh, da sind Totenköpfe, okay. Was heißt das? Was heißt das? Sind das Elite-Gegner? Hallo? Ah, nee... Natürlich nicht. Achso, ah... Komm mal... Kommt das von denen? Warte mal, da ist einer. Schieß mal. Excuse me, hallo? Soll schießen. Na gut, dann schieße ich. Keine Ahnung. Seltsamer Gegner. Dann will ich noch nicht schießen, ne? Okay. So, ähm... Jetzt haben wir hier was. Da sollten wir mal hingehen. Weil wir sind, glaube ich, hier durch, ne? Ja, wir haben keine Gegner. Müssen nur noch, äh, dorthin. Und das wäre schon... Wie? Wegen das bin ich hier hergekommen? Habe ich das übersehen? Ich habe keine Ahnung. Äh, wir haben jetzt eins von denen und zwölf von denen. Okay. Aha. Ähm... Was können wir da noch mitmachen? Nein, was... Egal. Schauen wir später an. Na, wohin geht's diesmal? Grüne Nebelfelder. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Ähm... Maximal Gesundheit, ne? Alter, 180, ey. Das ist schon heftig. So, ich habe keine Ahnung, wohin. Deswegen... ... geh' ich einfach mal hier lang. Und schauen wir uns das mal an. Da ist was. So eine komische Schraube. Und da oben ist auch noch was. Das gucke ich mir auch gleich an. Ah, das war die Zelle! Ah! Okay, jetzt, äh... ... haben wir hier Gegner-Zone-Handler. Äh? Excuse me... Wir nehmen... Oh ja, ein Crit! Crit ist immer gut. Äh, falls das Crit war, ne? Was? Das geht nicht? Warte mal... Ah, jetzt. Och, was bist du denn? Okay, der ist weg. Oh, du nervige Stück, ey. Okay, gut. Äh, können wir das auch aktivieren? Jawohl. Das wäre Nummer zwei. So, jetzt noch hier. Ähm... Ähm... Achso. Geht noch nicht, ne? Okay, das wäre aktiviert. Okay, langsam wird das hier spannend. Ähm, aktivieren. Äh, Dingens-Boss. Okay, äh, dann gehe ich mal hin. Zuerst mal das hier auch sammeln. Äh... Wir haben ja noch ein... ...Level-Up. Wir nehmen das hier. Ja, und... ...Pfängung der Abgehung der Zeit. Äh... Okay, da unten ist was. Okay, ähm... Ja, kritisch einen Schaden. Ja, nehme ich. Geh weg! Keine Zeit! So, jetzt noch das Aktuellen. Äh, was für ein Sprung. Ja. Äh... Äh... Achso, ich kann nicht. Hoppel. Das heißt, wir müssen noch eins von... ...diesen komischen Dingens-Farmen. Äh, wait. Wait, äh... Wait. So, jetzt können wir... Jeder Angriff erzeugt ein Projekt Held, das... ...einen, äh, äh, zufälligen Feind im... ...20 Meter... ...Radius zielt. Wo er sagt... ...Plus 100%... ...Äh, Schaden pro Stapel. Hm. Ja. Nö. Wir nehmen das. Oh, wir haben noch ein Level-Up, ne? Äh... Mehr Damage, bitte. Okay. Und weiter. Äh, die Frage ist, äh... ...wie lange geht das? Weil, äh... ...wir sind jetzt Etappe 5. Also, falls, äh, euch das noch nicht aufgefallen ist, ne? Hier, guck mal, hier. Etappe 5 und jetzt sind wir schon bei der 20. Minute, fast 21. Und ehrlich, äh... ...wie weit geht das? Äh, wir nehmen das hier. Oh, nein. Wir können ja nichts mehr. Huch, da war ein Deck. Da war ein Deck. Achso, oh, wir können ja gar nichts mehr machen, ne? Das heißt, wir müssen was unternehmen. Irgendwer wirft Steine. So, was haben wir denn hier? Okay, äh... Oh, wir büßen sogar. Oh mein Gott, 10 will der. Äh, nee. Sorry, aber die habe ich ehrlich gesagt nicht zu sagen. Oh mein Gott, was war das für ein Damage? Oh, das ist ja so ein Damage. Oh, John. Okay, okay, okay. Oh, was? Oh, guck mal, wir leben ja noch. Digga, der wirft einfach mit Steine. So mal, spinnt der? So mal, Steine sind tödlich. Digga, wer ist die ganze Steine? Scheiße. Golem, Alter, was denkst du? Also, ich glaub, wir halten da ein bisschen Abstand, dass du diese komischen Drecks golemnst. Weil, die Steine sind ja ehrlich gesagt nicht ohne Mut, der will steigen dürfen. Huch, das hab ich gesehen. Oh mein Gott, die können sich ja teleportieren. Uah, was, wie, wo, was? Oh, Mann. Oh mein Gott. Ah, wir können nicht durchschießen, ne? Okay, das sind glaub ich die letzten Gegner. Okay. Huh, was, besiege Sirene? Oh, was? Prinz? Was denn nun? Prinz oder Sirene? Oh, wir haben ja noch Skillpoints, ne? Also, auf jeden Fall sollten wir das hier nehmen. Die Nummer eins. Gesundheitsregeneration. Und, äh, noch mehr Grundgesundheit. Oh mein Gott. Da hakelt es. Oh, warte mal. Ja. Äh, das konnten wir ja nicht aktivieren, ne? Genau, das war zehn Stück. Okay. Oh mein Gott. What the hell? Da hab ich ihn gesehen. Okay, wir müssen aufpassen. Wo ist der? Ja, da. Ich, ich hatte natürlich Abstand, weil ich will von denen nicht getroffen werden. Holy moly. Och, äh, was ist das? Äh, ich wähle dich. Äh. Okay. Wir haben ihn nicht getroffen, ne? Ja. Kanaten! Der Prinz muss weg. Bäh. Okay, wir haben ihn gleich. Wir müssen trotzdem mal ein bisschen Fokus halten. Ja. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind fast gestorben. Wir dürfen echt nicht so nah. Ich muss mich konzentrieren. Muss ruhig sein. Oh mein Gott. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Okay. Was ist das? Wieso kann ich das nicht aufheben? Hä? Ja. Was ist da los? Wieso kann ich dich nicht aufheben? Äh. Da ist ja das da. Ähm. 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 Äh. Äh. Ich aktiviere mal hier ein paar Perks oder so. Ähm. Ähm. Wir sind eine Maschine, ne. War es ja nie ein Mensch. So. Was bist du denn? Okay. Ähm. Schadensverringerung. Ja. Ich glaub das wird jetzt wichtig. Was bist du denn? Okay. Äh. Äh. Schützt, äh. Vor einem tödlichen Schlag einmal pro Ort. Und stellt 50% der maximalen Gesundheit wieder. Okay. Nehm ich. Okay. Dann haben wir noch da, da, da noch was. Das stecken wir noch ab. Äh. Oh ne. Jetzt krieg ich schon wieder einen Schluck auf, ey. So. Was haben wir? Äh. Natürlich. Da geht's nicht mehr weiter. Ich glaub, ähm. Mehr können wir nicht mehr aktivieren, ne. Äh. Und ich versteh nicht, ähm. Was das Ding von uns will? Egal, ne. Wir haben noch. Äh. Joa. Wir haben noch das hier. Noch ein bisschen Leben. Schadet auch nicht. So, und weiter. Oder ist das Ende?